Wie kannst du das neue Jahr nutzen, um dein Steuersetup zu verbessern? Wie kannst du dir ein System aufsetzen, das dir einerseits Zeit bei der Buchhaltung spart, andererseits aber auch mehr Klarheit über deine eigenen Finanzen und deine steuerliche Situation schaffst? Hi, mein Name ist Ken Kuyper und über genau diese Fragen werden wir in der heutigen Folge sprechen, denn ich will dir heute zeigen, wie kannst du dir eigentlich dein eigenes Steuersystem, dein eigenes Steuersetup aufsetzen und da bietet gerade der Jahreswechsel 2023-2024 eine wunderbare Gelegenheit. Warum? Weil das abgelaufene Jahr 2023 ist rum und du kannst, es macht immer Sinn, solche größeren Umstrukturierungen gerade auch zum Jahreswechsel zu machen, weil dann kannst du direkt mit dem neuen System starten und hast das für das gesamte Jahr 2024 dann auch ready. Es ist zum Beispiel immer etwas suboptimal, wenn man eine Buchhaltungssoftware unterjährig wechselt etc., weil dann hast du einen Teil der Daten in dem alten System, einen Teil der Daten im neuen System, also gerade dieser Jahreswechsel bietet sich an, um sich damit zu beschäftigen. Und dazu solltest du wissen, ich habe auch einen Online-Kurs, das Steuersystem, da werden all die Punkte, die ich dir gleich nenne, nochmal Schritt für Schritt sehr detailliert erläutert, aber ich will dir in dieser Podcast-Folge schon mal mitgeben, wie funktioniert dieses Steuersystem, aus welchen Bestandteilen besteht es. Du könntest dir dann theoretisch auch dieses Wissen selber noch aneignen, aber du bekommst eben in dem Online-Kurs einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du sukzessive durchgehen kannst und du bekommst Zugriff auf mich, falls du irgendwelche Fragen usw. hast und das ist es auf jeden Fall allemal schon mal wert. Du wirst aber in dieser Podcast-Folge schon mal lernen, was hat es genau damit auf sich und wie setzt du dir sowas auf. Das heißt, die Folge wird dir auf jeden Fall einen großen Mehrwert bringen. Zum Einstieg solltest du dir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wo stehst du gerade? Was ist eigentlich deine aktuelle Situation? Ich habe zum Beispiel ganz viele Teilnehmer von meinem Steuersystemkurs, die nebenberuflich selbstständig sind, aber auch viele Teilnehmer, die hauptberuflich selbstständig sind. Dann sind welche dabei, die müssen bilanzieren, sind welche dabei, die müssen eine Überschussrechnung machen. Es gibt Kleinunternehmer, es gibt Regelbesteuerung, also mit 19% oder ohne. Da gibt es also ganz verschiedene Situationen und deswegen solltest du dir als allererstes mal die Frage stellen, wo stehst du gerade? Bist du schon selbstständig in Vollzeit oder bist du nebenberuflich selbstständig oder möchtest du vielleicht jetzt gerade vom Anstellungsverhältnis in die nebenberufliche Selbstständigkeit starten? All das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie muss das Steuersystem, dein optimales Steuersetup für deine Situation aussehen und angepasst werden. Schritt 1, wenn du dir ein solches System aufsetzen möchtest, du solltest erst mal ganz zum Anfang dir ein eigenes Bankkonto anlegen. Warum ist das wichtig? Ich kenne viele Selbstständige, die nutzen zum Beispiel ihr Privatkonto für alles Geschäftliche. Das ist aber sehr suboptimal, denn wenn du zum Beispiel später dieses Bankkonto in einer Buchhaltungssoftware wie zum Beispiel LexOffice oder Cevdesk anbinden möchtest, dann findest du alle privaten Transaktionen in LexOffice und Cevdesk. Die haben dabei eigentlich gar nichts verloren. Dann hast du auch keinen wirklichen Überblick über deine Finanzen. Stichwort, wie viel muss ich eigentlich für die Steuern zurücklegen? Welches Geld auf dem Konto gehört eigentlich mir? Und dann kommt noch dazu, wenn du dann in eine Betriebsprüfung gehst oder du bekommst irgendwann eine Betriebsprüfung von dem Finanzamt, da musst du dem Betriebsprüfer eben auch deine gesamten Kontoauszüge von deinem Privatkonto geben und dann sieht der Betriebsprüfer auch, was du privat so machst. Würde ich einfach nicht empfehlen. Es macht einfach Sinn als Selbstständiger und das ist auch egal, ob du es nebenberuflich oder hauptberuflich machst oder gerade erst anfängst, ein eigenes Bankkonto für geschäftliche Dinge anzulegen. Mag vielleicht, wie man das nebenberuflich macht, ein bisschen so wirken, wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber ich verspreche dir, du wirst, wenn du alles richtig machst, in deiner Selbstständigkeit wachsen. Du wirst wahrscheinlich irgendwann den Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen. Das kannst du dir vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vorstellen, aber du hast dann schon mal von Tag 1 ein Setup, was auch für diese hauptberufliche Selbstständigkeit geeignet ist, was du mit skalieren kannst mit deinem persönlichen Wachstum. Deswegen bin ich immer ein Freund davon. Und, was man auch dazu sagen muss, es gibt mittlerweile auch wirklich gute Geschäftskonten, die entweder vollständig kostenlos sind oder sehr, sehr wenig Geld kosten. Das heißt, es ist eigentlich gar kein wirklicher Grund gegeben, es nicht zu tun. Deswegen der erste Schritt, du brauchst ein eigenes Bankkonto. Jetzt ist die Frage, was passiert auf diesem Bankkonto? Aus meiner Sicht solltest du dieses Bankkonto ausschließlich für geschäftliche Zwecke nutzen. Also alles, was an Geld reinkommt, auf das Bankkonto drauf buchen, den ganzen Umsatz. Ich würde dieses Bankkonto auch auf deinem Briefpapier, auf deiner Rechnungsvorlage hinterlegen, damit deine Kunden direkt auf dieses Konto überweisen. Dann solltest du auch alle betrieblichen Ausgaben, die du hast, von diesem Konto abbuchen lassen. Dann weißt du schon mal, du kannst am Jahresende gar nicht mehr so viel vergessen. Jetzt musst du natürlich auch von irgendwas leben. Also nehmen wir mal an, du bist hauptberuflich selbstständig. Es würde jetzt alles über das Bankkonto laufen, was geschäftlich ist. Dann heißt das ja, dass deine Einnahmen, das ist ja deine Einnahmequelle, auch komplett über dieses Bankkonto läuft. Jetzt musst du aber von irgendwas leben. Also würde ich mir einmal im Monat eine Art Gehalt, in Anführungszeichen, es ist ja kein richtiges Gehalt, weil wenn du Einzelunternehmer bist, du kannst nicht bei dir selbst angestellt sein. Deswegen in Anführungszeichen, aber ich würde mir sozusagen jeden Monat ein Gehalt auf das private Konto buchen. Also du bekommst auf dein betriebliches Bankkonto alle Umsätze. Jetzt buchst du einmal im Monat, du sagst, du brauchst 2.500 Euro netto, um über die Runden zu kommen. Dann buchst du einmal im Monat diese 2.500 Euro netto von dem Geschäftskonto auf das Privatkonto um. Sowas könnte man dann zum Beispiel schon direkt als Dauerauftrag anlegen. Dann hast du diese eine Buchung und alles Private läuft dann eben über das Privatkonto. Das wäre das eine. Das andere, was du dir auf jeden Fall einrichten solltest, ist eine Steuerrücklage. Warum? Unabhängig davon, ob du das nebenberuflich oder hauptberuflich machst. Du wirst von dem Geld, was bei dir eingeht, von dem Umsatz etwas zur Seite legen müssen für die Steuer. Weil du hast einerseits die Mehrwertsteuer, zumindest mal, wenn du kein Kleinunternehmer bist, musst du dir auf deine Rechnungen in der Regel Mehrwertsteuer ausweisen. Also würde ich schon mal die 19%, die in diesem Umsatz, der bei der Bank einfließt, mit enthalten sind, die würde ich schon mal auf die Steuerrücklage umbuchen. Aber auch wenn du es im Nebenberuf machst oder Kleinunternehmer bist, auch dann musst du trotzdem Steuern zahlen, denn es fällt ja noch die Einkommensteuer an auf deinen Gewinn. Also sofern du nicht dein gesamtes Geld wieder für unternehmerische Zwecke reinvestierst, aber dann würdest du ja nie einen Gewinn machen, wirst du irgendwann einen Gewinn erzielen, jedenfalls einen Gewinn in deiner Gewinnermittlung und darauf wird Einkommensteuer in der Regel anfallen. Das heißt, sich ein bisschen was zur Seite zu legen für diese Einkommensteuer ist auch gut. Ich persönlich mache es so, ich buche die 19% Mehrwertsteuer, die in den meisten meiner Ausgangsrechnungen drin sind, erst mal auf die Steuerrücklage und von dem, was dann noch übrig bleibt, von dem Nettobetrag, buche ich auch noch mal 30% in die Steuerrücklage. Dann weiß ich, ich habe auf jeden Fall sehr viel zurückgelegt. Wenn ich dann mal irgendwie eine größere Investition habe, also ich habe zum Beispiel jetzt einen Umsatz, 5000 Euro netto, kommt jetzt aufs Konto und ich kaufe jetzt etwas für 5000 Euro netto, einen neuen Computer oder was auch immer, den ich für mein Unternehmen brauche und ich weiß, ich kann den in voller Höhe steuerlich abziehen, ja gut, dann lasse ich die Buchung auch unter Umständen schon mal sein. Dann nutze ich diese 5000 Euro, die reingekommen sind, um einen Computer zu kaufen, weil das gleicht sich dann ja wieder aus. Aber ich will ja von irgendwas leben, ich will mir ein Vermögen aufbauen, ich mache das ja nicht umsonst. Also von vielen Geldeingängen, die reinkommen, wird auch vieles an Steuern weggehen. Deswegen buche ich in der Regel immer mal diese 30% um. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber dann weißt du, du hast auf dieser Steuerrücklage schon mal genug Geld. Das kann ein Unterkonto sein. Es gibt verschiedene Banken, die bieten also verschiedene Unterkonten an. N26 ist zum Beispiel so eine Bank, da kannst du dir Spaces anlegen, so nennen die das, das sind virtuelle Unterkonten. Und dann kannst du von deinem Hauptkonto regelmäßig Geld rüberschieben. Das geht teilweise sogar mit Automation. Du kannst automatisch sagen, immer wenn Geld eingeht, buch x Prozent auf die Steuerrücklage. Lassen sich also wirklich tolle Sachen machen. Details dazu gibt es in dem Online-Kurs. Aber das ist das Erste, was ich machen würde, weil daran scheitern schon so viele Selbstständige, dass sie keine richtige Steuerrücklage haben, dass sie denken, das, was auf mein Konto kommt, das kann ich auch wieder ausgeben oder da geht vielleicht noch ein Teil von den Steuern weg. Das wird aber nicht so viel sein. Glaub mir, es ist viel. Wenn du 60.000 Euro Gewinn machst, was auch für einen Selbstständigen jetzt noch nicht so wahnsinnig viel ist, das ist das, was viele Angestellte auch bekommen. Ich persönlich bin immer der Meinung, wenn du dich selbstständig machst, solltest du eigentlich mit mehr Geld rausgehen als im Anstellungsverhältnis. Ansonsten mach das aus meiner Sicht, ist aber nur eine persönliche Meinung, relativ wenig Sinn, sich selbstständig zu machen und sich sozusagen, um diesen ganzen Stress auch irgendwie sich selbst zu machen. Insofern, wenn du schon nur 60.000 Euro Gewinn machst, was aus meiner Sicht schon nicht so viel ist, dann fallen da mal ganz schnell 15.000, 20.000 Euro Einkommensteuer an. Und wenn du dann das so ein bisschen laissez-faire angehst, also nicht genug Geld unterjährig zur Seite legst, dann fehlt dieses Geld auf einmal. Also selbst in solchen Sphären ist das gar nicht so wenig, was da an Steuern letzten Endes anfällt. Also Schritt 1, du brauchst ein Bankkonto und eine Steuerrücklage. Das wäre der erste Step, den ich dir auf jeden Fall mitgeben würde, egal in welcher Situation du steckst. Schritt 2, du brauchst ein Tool, was dir bei der Buchhaltung hilft. Und dieses Tool muss mindestens mal alle Belege einsammeln können. Es kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt dein Workflow ist. Wenn du Kleinunternehmer bist, dann wirst du in der Regel auch eine Ein- und Überschussrechnung machen. Das können viele der Tools sogar automatisch. Das heißt, dann könntest du mit dem Tool alles machen. Wenn du kein Kleinunternehmer bist, dann musst du regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldungen machen. Auch das kannst du mit vielen dieser Tools machen. Und dann gibt es noch die dritte Variante. Du hast einen Steuerberater, der im Endeffekt alles macht. Aber auch dann können viele der Tools zumindest mal dem Steuerberater die ganzen Belege zukommen lassen. Das heißt, du hast einen digitalen Workflow mit deinem Steuerberater und du siehst dann mit Hilfe dieses Tools wenigstens tagesaktuell deine Zahlen. Ich würde dir für dieses Tool, egal in welcher der genannten Situation du jetzt steckst, LexOffice empfehlen, weil LexOffice ist meines Wissens nach der Marktführer. Die haben, soweit ich mich richtig erinnere, über 100.000 Selbstständige, die das nutzen und die machen wirklich sehr, sehr viel, was Updates betrifft und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr erprobtes, valides Tool, was ich selber auch schon seit vielen Jahren nutze. Deswegen empfehle ich dir das. Und mit LexOffice kannst du beispielsweise Rechnungen schreiben. Du kannst deine ganzen Belege erfassen. Dann kannst du entweder, wenn du den Workflow mit dem Steuerberater hast, diese Belege an den Steuerberater schicken. Es gibt also eine DATEV-Schnittstelle. Der Steuerberater kann sich das direkt in seine Kanzlei-Software einspielen. Oder du kannst deine Umsatzsteuervoranmeldungen selber machen. Oder du kannst sogar deine Einnahmenüberschussrechnung, also deine Gewinnermittlung selber machen. Man muss dazu natürlich ein paar Sachen wissen. Aber LexOffice lässt es technisch auf jeden Fall zu, dass du als Selbstständiger damit sehr, sehr viel machen kannst. Das heißt, der zweite Schritt ist, besorg dir so eine Software. Meine persönliche Empfehlung ist LexOffice. Richte dir die Software so ein, wie es für dich, für deine Ausgangssituation passt. Wie das im Einzelnen geht, auch das kommt im Online-Kurs. Das würde jetzt hier in dieser Podcast-Folge den Rahmen sprengen. Schritt 3. Du brauchst jetzt einen richtigen Prozess, eine Art Workflow. Was meine ich damit? Du musst ja in einem regelmäßigen Abstand, beispielsweise wenn du Umsatzsteuervoranmeldungen abgibst, also kein Kleinunternehmer bist, dann musst du ja hingehen und musst entweder monatlich oder quartalsweise in der Regel Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Das heißt, du musst aber auch zu bestimmten Terminen, das wäre grundsätzlich immer der zehnte des Folgemonats, es gibt noch die Möglichkeit, eine Dauerfristverlängerung etc. zu beantragen. Aber du hast auf jeden Fall feste Steuertermine, an denen du Voranmeldungen übermitteln musst. Du hast feste Termine, an denen du Zahlungen leisten musst. Und was ich dir empfehlen würde, ist, richte dir einen Prozess ein, eine Art To-Do-Liste, eine Art Steuerkalender, aus dem genau hervorgeht, wann du zum Beispiel welche Überweisung tätigen musst, wann du welche Voranmeldungen abgeben musst, wann du dir auch mal einen Tag Zeit nimmst oder einen halben Tag Zeit nimmst, um einfach mal die ganzen Belege in LexOffice hochzuladen etc. Also dir einen Prozess einzurichten. Wie der genau aussieht, hängt auch wieder von deiner Ausgangssituation ab. Aber dir einen Prozess einzurichten, den du dann jeden Monat oder jedes Quartal in einem festen Tonus durchziehst, das ist dann der Schritt drei. Dadurch kommst du auch mit der Software besser in Berührung und du bekommst einfach für dich so eine Struktur rein. Du weißt, okay, ich habe jetzt wieder dieses Quartal, die Belege sortiert. Also ich habe jetzt wieder tagesaktuelle Zahlen. Ich sehe jetzt in den LexOffice-Auswertungen, was ich an Ausgangsbelegen geschrieben habe. Ich sehe, was ich an Eingangsbelegen erfasst habe. Das heißt, ich kenne ungefähr meinen Gewinn. Wie gesagt, wenn du einen Steuerberater hast, dann bucht der natürlich auch noch Abschreibungen etc. Aber du hast zumindest mal einen groben Plan. Du siehst, wie viel du vorausgezahlt hast. Kannst das auch nochmal überprüfen. Muss ich vielleicht meine Steuervorauszahlungen anpassen etc. Also überhaupt mal sich einen Steuerkalender anzulegen und irgendwie einen Prozess anzulegen, den man dann auch durchzieht neben dem Tagesgeschäft. Das wäre dann der Schritt drei. Dafür wirst du wahrscheinlich schon ein paar Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr brauchen. Wenn du das geschafft hast, wenn du einen Prozess hast, der für dich funktioniert, dann ist der vierte Schritt automatisieren. Du kannst nämlich ganz viel in dem Bereich automatisieren, wissen viele gar nicht. Es gibt zum Beispiel das Tool GetMyInvoices und GetMyInvoices kann dir aus allen möglichen Online-Portalen, beispielsweise du hast bei 1&1 einen Handyvertrag, du schaltest bei Meta irgendwelche Werbeanzeigen, was auch immer. Es gibt unzählig viele Anbieter, unzählig viele Portale und GetMyInvoices kann hingehen und kann in einem festgelegten Turnus alle Belege von deinem Kundenkonto abrufen und automatisiert beispielsweise in LexOffice reinschieben. Das heißt, damit sparst du dir, wenn du es richtig aufsetzt, da gehört einiges dazu, man muss einige Sachen beachten. Wie das geht, kommt auch im Online-Kurs. Aber wenn du das aufsetzt, dann reduzierst du deinen Aufwand von drei oder vier Stunden im Monat auf zehn Minuten, 20 Minuten, weil die ganzen Belege ja schon da sind. Du musst im Prinzip nur noch mal drüber gucken, hat er das jetzt richtig zugeordnet, aber auch da gibt es gute Automationen. Also beispielsweise kannst du bei LexOffice hinterlegen, dass beim Lieferanten 1&1 immer das Konto, Telefon, Internet angesprochen wird als Aufwandsposition. Das heißt, auch dann macht er es im Zweifel richtig. Diese Tools arbeiten mit einer Texterkennung, die erkennen die Beträge automatisch. Also du kannst da unfassbar viel automatisieren und Zeit sparen. Ich würde das aber nicht von Tag 1 an machen, sondern ich würde am Anfang wirklich den Prozess an deiner Stelle manuell gestalten und erst danach automatisieren, damit du weißt, wie muss der Prozess denn aussehen, um dann zu validieren, klappen die Automationen so, wie sie sollen. Aber wenn du das mal ein paar Monate gemacht hast, dann wird es auf jeden Fall Zeit zu überlegen, wie kann ich das automatisieren. Und das ist der größte Hebel, wenn es darum geht, deinen Buchhaltungsaufwand zu reduzieren. Geschickte Automatisierungen, Anbindung solcher Tools in deinem eigenen System und dann hast du im Zweifel auch aktuellere Daten, weil du ja zum Beispiel GetMyInvoices sagen kannst, ruf jeden Tag an, ab, ruf jede Woche ab. Das heißt, du hast auch einfach, ja, einfach aktuellere Daten, weil er öfters die Belege einsammelt, als du das manuell vielleicht machen würdest. Ja, also Schritt 3, Prozess aufsetzen und per Hand erstmal testen, reinkommen in den Prozess. Schritt 4, überlegen, wie kannst du den automatisieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und wenn du das alles hast, diese vier Schritte, dann hast du schon ein System, was dir unglaublich viel Zeit spart und viel mehr Klarheit gibt, weil du zum Beispiel in LexOffice einfach tagesaktuell in deinem Dashboard gucken kannst. Was habe ich an Rechnungen geschrieben? Was habe ich an Kosten gehabt? Wie hoch wird ungefähr mein Gewinn sein? Das ist, wie gesagt, noch nicht die finale Angabe. Wenn du Bilanzierer bist, kommen unter Umständen noch Rückstellungen rein. Vielleicht muss man bei den Abschreibungen noch irgendwas korrigieren etc. Aber du hast ungefähr einen Plan. Hau das, was ich jetzt vorausgezahlt habe, hin. Und da du dir ja schon mit deinem Bankkonto immer Geld auf die Seite geräumt hast, wird das, was in der Steuerrücklage steht, wahrscheinlich auch ziemlich gut mit dem passen, was du an Vorauszahlungen oder was an Steuerbelastung auf dich zukommen wird. Also du hast einfach so eine gewisse Gelassenheit und einen gewissen Aufwand weniger. Das heißt, die vier Schritte sind essentiell. Wenn du dann Schritt 5 noch machen willst und Schritt 5 ist optimieren, dann kannst du dir noch überlegen, macht es vielleicht Sinn, eine GmbH zu gründen? Macht es vielleicht Sinn, eine Holdingstruktur aufzubauen? Macht es Sinn, bestimmte Investitionen zu tätigen? Das ist so ein bisschen das Thema, wie holst du jetzt auf einmal noch mehr raus? Wie nutzt du das Steuerrecht in Deutschland zu deinen Gunsten? Bis Schritt 4 geht es erstmal darum, deine ganzen Pflichten zu erfüllen, Deklarationspflichten. In Schritt 5 geht es darum, für dich das meiste rauszuholen und ganz bewusst die Regelungen so wie sie sind, zu deinem Zweck zu nutzen. Und da gibt es natürlich ganz viele tolle Möglichkeiten. Ich will dir nur ein Beispiel nennen. Ich habe einige Freunde, die betreiben eine Agentur, selbstständige Agentur, machen dabei auch einen soliden, guten Gewinn, können also wirklich gut davon leben. Und bei denen ist das natürlich so, wenn du mal in einen gewissen Gewinnbereich kommst, dann bist du ganz schnell bei 35%, 40% durchschnittlicher Einkommensteuerbelastung. Also das, was du dann nicht reinvestierst, nicht so reinvestierst, dass du steuerlich absetzen kannst, davon verbleiben dir nur noch 60% und davon zahlst du dann deine privaten Sachen oder investierst halt eben in irgendwas anderes. Und bei denen stellt sich zum Beispiel ganz akut die Frage, die haben jetzt ein Setup, was funktioniert, die kommen ihren Deklarationspflichten gut nach, haben relativ wenig Aufwand mit der Buchhaltung, weil ich auch dabei geholfen habe, diesen Prozess zu automatisieren. Aber jetzt stellt sich eben die Frage, wie können wir denn vielleicht noch ein bisschen was sparen? Und wenn du in der Situation bist, du hast eine Agentur, du machst einen guten Gewinn und du zahlst relativ viel Steuer, 35%, 40% Einkommensteuer im Schnitt, dann hast du drei Möglichkeiten, wie du investieren könntest. Weil irgendwo muss das Geld ja hin. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn du in gewissen Einkommenssphären schwebst, dann geht es auch nicht mehr darum, dass du davon leben kannst, sondern dann kannst du gut davon leben, dann geht es eher die Frage oder eher darum, wie kann ich meinen Wohlstand, wie kann ich den absichern, wie kann ich vielleicht Vermögen aufbauen, wie kann ich finanziell unabhängig werden. Also auf der Stufe muss man definitiv erstmal sein. Aber wenn du auf dieser Stufe wärst, dann hast du entweder die Möglichkeit zu sagen, ich investiere in Betriebsvermögen. Betriebsvermögen, also ich kaufe mir jetzt zum Beispiel noch einen Computer, einen neuen Bildschirm, was auch immer. Das kannst du ja betrieblich abziehen als Betriebsausgaben. Das ist ja auch eine Form von Vermögen. Und wenn du es abziehen kannst als Betriebsausgaben, zahlst du insoweit keine Steuern. Du könntest aber auch hingehen und könntest in irgendwelche Fonds, Aktien, solche Sachen investieren. Das Problem daran ist, du kannst die Anschaffung dieser Sachen nicht steuerlich abziehen. Das heißt, du musst das aus versteuertem Einkommen bezahlen. Macht aus steuerlicher Sicht also keinen Sinn. Ist definitiv gut, wenn ich mir einen MSCI World kaufe, der die 1600 größten Unternehmen der Welt hat, dann habe ich einfach eine relativ gut abgesicherte Vermögensanlage. Aber du kannst es eben nicht steuerlich abziehen. Also steuerlich eigentlich eher uninteressant. Oder Möglichkeit drei, du kaufst zum Beispiel eine Immobilie. Und bei denen, in dem Szenario, in dem die leben, macht eine Immobilie super viel Sinn. Ja, die könnten natürlich auch erstmal hingehen und sagen, okay, Holding, Struktur, GmbH. Dazu werde ich auch noch ein eigenes Video machen. Aber dafür ist es eigentlich auch noch zu wenig Gewinn. Das lohnt sich aus meiner Sicht dann wirklich erst, wenn du, sagen wir mal, bei 400.000, 500.000 Euro Jahresüberschuss bist. Dann hast du durch eine GmbH oder durch ein Holding einen guten Steuereffekt. Aber darunter macht das auch keinen Sinn. Das ist für viele Solo-Selbstständige oder für viele kleinere Unternehmen mit zwei, drei Gesellschaften dann einfach nicht die Situation. Bei denen machen aber zum Beispiel Immobilien total oder würden Immobilien total viel Sinn machen, weil du kannst Immobilien die Anschaffung selber steuerlich abziehen im Wege der sogenannten Abschreibung. Also du kaufst die Immobilie, finanzierst sie fremd, sagen wir mal, auf 33 Jahre, weil du kannst 33 Jahre lang die Immobilie abschreiben. Beziehungsweise nein, es sind, ja doch, es kommt ein bisschen auf die Immobilie an. Es gibt unterschiedliche Abschreibungssätze. Ist das jetzt ein Neubau und so weiter? Will ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber sagen wir mal, du könntest 33 Prozent oder 33 Jahre lang abschreiben, ungefähr drei Prozent oder drei Prozent im Jahr und du würdest auch auf den Zeitraum die Immobilie fremd finanzieren und du würdest die Immobilie so kalkulieren, dass sie sich von alleine trägt. Dann könntest du jetzt hingehen und könntest diese Abschreibungsbeträge steuerlich abziehen. Du würdest also insofern keine Steuern zahlen in Höhe von drei Prozent des Immobilienwerts pro Jahr oder des Gebäudewerts pro Jahr ganz konkret. Und du könntest nach zehn Jahren nach Ablauf der Spekulationsfrist die Immobilie aber steuerfrei verkaufen. Und damit hättest du auf einmal ein Vermögen aufgebaut, für das du keine Steuern gezahlt hast. Beziehungsweise du hättest sogar für den Aufbau des Vermögens noch Steuern gespart, müsstest das Vermögen bei der Veräußerung aber nicht besteuern. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die für die Kollegen oder auch für andere Selbstständige, die in einer ähnlichen Situation sind, sehr interessant ist. Also es gibt alle möglichen. Das war jetzt nur ein Auszug. Ich mache dazu auch noch ganz viele eigene Folgen, konkret dazu Unterschiede im Vermögensaufbau. Aber das wäre so der fünfte Schritt, zu sagen, okay, ich bin jetzt auf einem gewissen Level. Ich zahle super viel Steuern. Wenn ich mir meinen Steuerbescheid angucke, da kommt ganz viel Steuer bei raus. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, das zu optimieren? Ja, die gibt es. Immobilien, vielleicht eine andere Rechtsform, eine andere Unternehmensstruktur, aber auch andere Arten von Vermögensvorgängen. Also da kann man ganz viel machen. Das wäre so der fünfte Schritt. Der ist dann wirklich für Fortgeschrittene. Also die ersten Schritte, ich gehe es nochmal durch. Schritt eins, du legst dir ein eigenes Bankkonto an, vor allem vor dem Hintergrund, dass du ein ordentliches Steuerrücklagekonto brauchst. Schritt zwei, du richtest die LexOffice ein, weil du damit einfach sehr, sehr viel viele Funktionen bedienen kannst, beziehungsweise weil es auch für jede Situation einen guten Workflow rund um LexOffice gibt. Schritt drei, du legst dir einen Prozess an. Stichwort Belege einsammeln, Belege zuordnen, Steuerkalender, die richtigen Steuerzahlungen zur richtigen Zeit machen und da überhaupt erstmal reinkommen. Und Schritt vier, wenn du diesen Prozess für dich mal rausgefunden hast, dann kannst du ihn auch automatisieren. Das ist der erste Teil, um eben diese Deklarationspflichten zu erfüllen. Schritt fünf wäre dann, du versuchst, dein Steuersetup noch zu optimieren mit Rechtsformen, mit bestimmten Investitionen etc., um eben dann einfach nochmal weniger Steuern zu zahlen oder mehr Vermögen aufzubauen etc. Das ist aber dann wirklich für Fortgeschrittene. Das wären so die fünf Schritte, die du in Betracht ziehen solltest jetzt Anfang des Jahres, wenn es darum geht, ins neue Jahr zu starten und dir einfach ein Setup aufzusetzen, was für dich funktioniert. Wenn du mehr darüber wissen willst, www.dassteuersystem.de, da findest du einige ergänzende Infos dazu, auch zu meinem Online-Kurs. Würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Dort gibt es also, wie gesagt, die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ansonsten danke ich dir, dass du zugehört hast. Freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Dein Ken. Dein Ken. Dein Ken.